Daniel sagt, hier ist eine Miene am Grand Canyon. Wir sind nämlich am Grand Canyon und hier sieht man ein bisschen was wir hier gerade so sehen und das ist ziemlich beeindruckend. Ich gehe hier einmal um Daniel rum. Hier geht er noch weiter und hier das ist mein kleiner Favorit da gerade vor ein bisschen unten und hier ist die Farbe ganz anders und es ist kalt hier oben, also nicht super kalt, aber man sieht ja dass da Schnee ist. Ja die Farben sind doch ganz ganz cool und die Form einfach von den Steinen, diese kleinen Hütchen, sieht toll aus. Und jetzt machen wir noch ein bisschen den South Rim Trail. Und dann gucken wir mal was noch so geht heute. Und morgen gucken wir uns Antelope Canyon an für nur 102 Dollar. Also der Grand Canyon ist dagegen super Schnapper. Ja hier. Ich hoffe, dass wir da eine Antelope reiten dürfen für das Geld. Okay.